Hallo Leute, Ciao von Andrea Unger und heutiges Thema ist ein Reklam, was man manchmal finden kann und das lautet ungefähr wie 3000 Euro am Feierabend. Okay, macht das Sinn oder nicht? Das sage ich dir sofort, aber erst musst du meinen Kanal abonnieren, ja sonst erzähle ich dir nichts. Nein, okay. Abonniert, noch nicht, macht nichts, ich erzähle was dir trotzdem. 3000 Euro am Feierabend oder nebenbei und sowas. Was ist erstmal in diesem Reklam aus meiner Sicht komplett falsch? Erstmal die Wörter. Feierabend oder nebenbei. Feierabend bedeutet, oder bedeutet nicht, aber Zeit, irgendwas mit Entspannung. Am Feierabend ist man müde, da will man einfach Ruhe haben und man kommt davon, dass dieser Ansatz relax bringt. Also kein Stress. Es ist eine Methode, die man in Ruhe machen kann. Locker. Okay? Das ist falsch. Das klappt leider nicht. Auch nebenbei. Nebenbei ist etwas, was man ohne die richtige Konzentration macht. Nebenbei. Nebenbei ist nebenbei. Okay? Und das ist auch falsch, weil Traden ist eine wichtige und schwierige Arbeit. Man kann es nicht nebenbei schaffen. Man braucht die richtige Konzentration. Also schon Feierabend und nebenbei. Die, die so gut vielleicht scheinen zu sein, sind in der Tat komplett falsch für Trading. Im Trading braucht man Konzentration, man braucht die richtige Infrastruktur, Hardware, Software und hier auch. Also alles muss zusammenpassen, damit man etwas Profitabel schafft. Nun, Profitabel wird hier auch mit diesen 3.000 Euro erzielt. Sind diese 3.000 Euro machbar oder nicht am Monat? Erstmal, ich habe immer gesagt, Trading ist leider nicht stabil. Also schon über 3.000 Euro am Monat oder pro Monat zu reden, ist als meiner Meinung nach total falsch. Man kann niemals sicher sein, dass man jeden Monat Geld verdient. Es gibt Monate, wo man Geld verlieren kann. Es gibt sogar auch Jahre, wo man Geld verlieren kann. Aber, dass man jeden Monat ein Ziel von 3.000 Euro hat, ist Wahnsinn. Aber okay. Nehmen wir an, wir denken an diese 3.000 Euro. 3.000 Euro allein bedeutet wieder nichts. Warum nicht? Man sagt nicht, wie viel Kapital man gebraucht hat, diese 3.000 Euro zu schaffen. Jetzt rechnen wir mal mit dir. 3.000 Euro pro Monat bedeutet 36.000 Euro am Jahr. Nehmen wir die Ahnung, du hast mal keine Ferien, kein Urlaub. Okay. Jedes Monat 3.000 Euro, 36.000 Euro am Jahr. Mit einem Strafkapital von 100.000 Euro wäre das 36%. Okay. Ist 36% viel oder wenig? Also vom Trading aus kann ich dir sagen, ist 36% viel, sehr viel. Du glaubst vielleicht nicht, du denkst an 200-300% als ein machbares Ziel, aber ich kann dir das ruhig sagen, 36.000 Euro ist ein großes Ziel für Trading. Und wir haben dieses Beispiel mit 100.000 Euro als Strafkapital jetzt gerechnet. Aber hast du 100.000 Euro zum Traden? Vielleicht hast du mehr, aber vielleicht weniger. Vermutlich weniger. Ich meine nur zum Traden, nicht ein eigenes Geld. Nur zum Traden. Was du übrig hast für Trading. 100.000 Euro als Beispiel für diese 36.000 Euro am Jahr, was die 3.000 Euro pro Monat sein sollte. Also, wenn man das so sieht, sieht es schon ein bisschen komplizierter aus. Nehmen wir an, du hast noch weniger oder du willst weniger fürs Trading nutzen, wird es noch höher in Prozent als diese 36%. Warum sage ich, dass 36% sehr gut ist? Erstmal, weil die wichtigsten Hackfonds in der Welt, die schaffen nicht so viel, die schaffen 20-25% am Jahr im Schnitt. Und ich, ich selbst, hast du vielleicht das andere Video gesehen, habe ich 2019 26% und etwas verdient. Und das war für mich gut, weil ich ein Ziel von ungefähr 20% habe. Aber auch, wenn man nicht unbedingt an mich denkt, meine Studentin von der Ungarn Academy. Einer hat ein sehr gutes Ziel erreicht, mit 87%. Er hat die im Forum geschrieben, das erinnere ich mich immer noch. Aber das war ein Jahr, okay. Ich hoffe, dass er jedes Jahr so etwas schaffen kann. Aber ich muss leider sagen, ich glaube nicht, dass es jedes Jahr machbar ist. Ein anderer hat, glaube ich, 17%, erinnere ich mich jetzt, geschafft. Thomas, Thomas Durstow, der auf dem Video kommentiert hat, hat 35% geschafft. Und das ist ausgezeichnet. Und 35% ist schon in der Richtung von diesen 36%, was ich als sehr gut schätze. Aber sehr gut bedeutet, dass es sehr hoch ist. Und wenn es sehr hoch ist, ist es gar nicht einfach. Gar nicht am Feierabend oder nebenbei schaffbar. Du kannst jetzt sagen, ja, es gibt aber auch andere Studenten, die sehr viel geschafft haben, mehr geschafft haben. Meine Studenten sind zum Beispiel Weltmeister geworden in 2018, Petra, und in 2017, Stefano. Beide haben über 200% am Jahr geschafft. Es ist also möglich. Ja, möglich ist es. Aber eine Weltmeisterschaft ist ganz anders als Standard Trading. Ich habe auch sehr viel in der Weltmeisterschaft geschafft, wenn ich diese gewonnen hatte. Und so haben, wie gesagt, Petra und Stefan auch geschafft. Aber in diesem Wettbewerb startet man normalerweise mit 10.000 Dollar Kapital. Man kann nicht mehr starten, aber das macht keinen Sinn. Mit 10.000 Dollar kann man auch mehr riskieren. Auf einen Trade kannst du zum Beispiel 20% Risiko einstehen. Das bedeutet, du würdest 2.000 Dollar verlieren. Das kann man sich auch erlauben. Hättest du mit 100.000 Dollar gestartet, wärst du bereit, 20.000 Dollar auf einen Trade zu verlieren? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht. Das ist natürlich. Jeder hat sein Risikofil, aber ich würde sagen, das ist natürlich ein bisschen ernst. Zu hoch aus meiner Sicht. So wie gesagt, die Ergebnisse, die man in der Weltmeisterschaft sieht, die haben mit dem normalen Trading leider gar nichts zu tun. Ich meine gar nichts, weil Risikoansatz in einem Wettbewerb ganz anders aussieht als im Echtleben und im normalen Day-by-Day-Trading, was wir als Händler machen. Also zurück zu den 35 oder 36% im Jahr. Das ist ein Top-Ergebnis und sowas sehe ich nicht einfach zu schaffen. Zurück zu den 3.000 Euro am Monat. Nein. Leider glaube ich, dass sowas nicht funktioniert. Es kann nicht standardmäßig erhalten werden. Jeden Monat kann man nicht Geld verdienen. Das sagt man leider nicht. Und wie gesagt, schon mit einem Staatskapital von 100.000 Euro wäre das ein Top-Ergebnis. Wenn du mehr hast, ist alles okay. Aber leider sehe ich diese 3.000 Euro pro Monat am Feierabend nebenbei zu schwierig, zu schwer zu erhalten. Das sind mehr diese Märchen, die man erzählt, die Leute reinzuziehen. Ich muss leider die Wahrheit erzählen. Und die Wahrheit sagt, dass Trading schwierig ist. Man braucht Aufwand. Man muss ein Studium dazu bestellen. Man muss alles gut konfigurieren. Und man muss Geduld haben und auch Kapital. Weil die Ergebnisse, die man schaffen kann, sind leider geringer als man normalerweise hofft. Das ist die traurige Wahrheit beim Trading. Aber man kann profitabel arbeiten. Man kann schon etwas sehr Gutes rausziehen. Muss man aber die richtigen Ziele haben. Und das richtige Ziel ist nicht 3.000 Euro am Feierabend schaffen. Das klappt leider nicht. Wenn du kein Billionär bist. Okay. Das war's Leute. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass es einfacher war. Was ich am Anfang gedacht und probiert hatte, kannst du in den Erfolgentraten, so geht's, PDF, E-Book lesen. Das ist, kannst du hier an der Trading Webmeister-Seite gratis, total gratis runterladen, wenn du Nordbeer bist. Und generell, wenn du noch nicht abonniert hast. Mach das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau von der Unger. Tschau aus, Italien. Bis zum nächsten Mal. Tschau aus, Italien.